Okay, das sollte genügen. Scheiß Statue! Und wir hatten einen Höllenspaß. Komm schon. Ja, das war. Was zum Teufel sagt er da? Ich bin mit euch durch. Ihr werdet aus dem Experiment. Scheiß aufs Experiment! Was haben Sie mit mir gemacht? Das Schafot der Götter hat seinen Dienst getan. Nun wird Prometheus Feuer alles verschlingen. Ich wusste, das ist eine Falle! Claire, lauf! Überlass das Meer! Hängt schon was ein! Ich bin mit euch. 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 Das ist Freiheit. Wir nehmen den Rest. Ich bin mit euch. Ah! Ah! Duolgimi. Ja, schade. Ja! war es auch schön für dich verschwinden wir von hier die aufseherin hat uns jeden schritt im blick gehabt aber wenn sie uns nach der explosion für tod hält wir sie überraschen ich weiß was ich habe solche typen echt satt du meinst solche wie barry du sagst hey gehen wir nach links und er geht nach rechts nur damit er recht haben kann ja mit meinem großen bruder war es als kind auch so ich baue ein einziges mein list und auch ohne sein abhängen mit dem ich mich es 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 Das war's für heute. 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 Ich muss mich mit Moira treffen. Das war's für heute. 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 Verstanden? Ende der Diskussion. Diese Liste. Weinst... Nils, ich hab dir vertraut! Terror-Safe soll Menschen retten! Denk doch im verdammten Namen! Wir werden Menschen retten! Durch Furcht und Macht! Die ganze Welt wird gerettet! Du solltest hoffen, dass jemand dich rettet! Terror-Safe soll! Terror-Safe soll zumindest exploitørses werden! Terror-Safe soll! Terror-Safe soll! Terror-Safe soll! Terror-Safe soll! Terror-Safe soll! Er loszadeajo! Terror-Safe soll! Ich will nur, dass alles vorbei ist. Ich will nur, dass alles vorbei ist. Hör auf! Dann wird deine Hände weg von ihr! Oh! Oh, danke. Glaube ich. Geht's dir gut? Kannst du stehen? Oh, scheiße! Hilfe dir! Ah! Nein! Neil! Was haben wir falsch gemacht? Du könntest mir helfen. Es ist nicht zu spät. Claire! Carly! Stirb nicht! Oh mein Gott! Meira! Du sollst nicht hier drin sein! Wie konntest du... Ted! Ich bin nicht schuld! Ich bin einfach losgegangen! Oh Gott! Ruf den Krankenwagen! Meira! Scheißpistolen! Du! 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 Hattest mich mal! Boah! Du! 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 D! Du! 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 Es war Alex Weske.